...Geschossen hat jetzt, aber Valkaregi wird schon seine Gründe gehabt haben. Yara, Sterling, Krankels erster Schuss. Freistoß aus einer sehr gefährlichen Distanz, nämlich aus einer Distanz, die für die Italiener sehr gefährlich ist. Willi Kreuz mit dem rechten Fuß drüber. Immerhin, es war ein Versuch wert, dieser Schuss. 20 Minuten sind im Wiener Stadion gespielt, 0 zu 0. Immer laufen die Angriffe der Österreicher aus dem Mittelfeld über diese beiden einzigen Auslandslegionäre, die Stastny diesmal eingesetzt hat. Yara, Kranke, der Schiedsrichter hatte abgepfiffen. Taktische Änderung vor dem, Masseur Flenner hat eben hier an Sepp Sterling einen Auftrag weitergegeben. Flenner ist ja berühmt dafür, dass er immer die Aufträge von Stastny weitergibt und Kranke. Jara, Kranke und den Ball wieder am rechten Fuß. Er muss ihn erst auf den Link legen. Und am langen Eck vorbei, immerhin, sehen wir uns diese Szene noch einmal an, dass ihre Abwehr nach wie vor steht. Die Überlegungen der Italiener gehen nicht davon aus, dass Tore geschossen werden sollen, sondern dass man Tore verhindert. Aber das ist ja eine alte Leier, das kennen wir ja schon längst. Und wenn eine Mannschaft wie die italienische Seite mehr als zwei Jahre nicht verloren hat, dann hat sie eben die Selbstsicherheit, dann lässt sie sich auch von den Österreichern kaum überrumpeln. ...zu spielen vor 50.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion am Ballhof und in abwartender Position noch rechts, Kurt Jara. ...und jetzt müsst ihr schießen. ...wann fangen wir rum, haben wir noch nicht früher geschossen. ...Korner. ...Gallosch muss sich den Ball auch erst auf den linken Fuß richten, aber eine genaue Flanke und... ...dennolt Fanke. ...Istします. Untertitelung des ZDF, 2020